Willkommen in unserem Vorfühlwagen in diesem wunderschönen Ford Car Trend mit Start-Stop-Technik in Midnight Schwarz Metallic. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Car ist schadstoffe am Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Kfz-Steuer gering aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert. Die Scheiben sind rundum getönt, die Türgriffe in Wagenfarbe lackiert. In diesem Wagen schützen Sie auch Airbags seitlich. Zu den Sommerrädern mit Stahlfelgen gibt es noch ein platzsparendes Reifenreparatur-Set. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Der Fahrersitz ist höhenverstellbar, die Rückbank geteilt umlegbar. Bei uns gibt es natürlich Fußmatten dazu, gratis. Zu Ihrer Sicherheit verfügt dieser Car über vier Airbag, ABS und ein platzsparendes Reifenreparatur-Set. Die Klimaanlage mit Umluftschaltung sorgt für bestes Klima. Das CD-Radio ist MP3-fähig und hat einen externen Aux-Anschluss. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Das Start-Stop-System spart echten Sprit. Ebenso die Schaltempfehlungsanzeige. Mit diesem pfiffigen, kleinen schwarzen Flitzer und seinen roten Polstern sind Sie überall gerne gesehen. Sie werden viel Spaß mit dem Fahrzeug haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen natürlich Garantie. Kommen Sie vorbei, fahren Sie in Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Das sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017